Boah ist das lange her. 1995 habe ich Sprachinstitut Treffpunkt in Bamberg gegründet und 20 Jahre lang geleitet. Die Schüler kamen aus der ganzen Welt nach Bamberg, um Deutsch zu lernen. Heute bin ich diejenige, die zu den Schülern geht. Angefangen habe ich mit dem Genfer See. Hier gibt es ein kleines extra Video. Meine Reise führt mich dann weiter zu Schülern in Frankreich, Spanien und Portugal. Wenn ihr Lust habt, begleitet mich auf meiner Reise und besucht mit mir die ehemaligen Schüler. Wie ist das möglich? Jetzt leite ich eine Onlineschule. Sprachinstitut Treffpunkt Online. Ich arbeite online, unterrichte online, halte Kontakt zu meinen Kollegen und Kolleginnen online. So kommt mit. Online auf der Tour zu den ehemaligen Schülern. Freue mich.